Entsorgungsorte Es gibt verschiedene Entsorgungsorte, wo Abfall entsorgt oder abgegeben werden kann. Dazu gehören zwei Entsorgungshöfe, zahlreiche Sammelstellen in den Quartieren und das Öko-Infomobil. Die Entsorgungshöfe Für die Entsorgung von Abfällen aller Art inklusive Sonderabfällen stehen Ihnen unsere beiden Entsorgungshöfe offen. Auf den Entsorgungshöfen kann man alles entsorgen, mit einigen wenigen Ausnahmen, die Sie auf der Webseite nachlesen können. Vieles kann kostenlos abgegeben werden. Einiges muss bezahlt werden. Die Berechnung der Gebühren erfolgt nach Kilogramm des abzugebenden Abfalls. An Feiertagen bleiben die Entsorgungshöfe geschlossen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, sich zurechtzufinden. Wenn Sie eine begleitete Entsorgung wünschen, dann melden Sie sich doch einfach bei uns. Melden Sie sich mindestens 24 Stunden vorher bei uns an, telefonisch oder per E-Mail und teilen Sie uns mit, wann Sie gerne auf welchem unserer beiden Entsorgungshöfe vorbeikommen möchten. Unsere Mitarbeitenden zeigen Ihnen gerne den Ablauf und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Die Begleitung ist kostenlos. Sammelstellen in den Quartieren Die Stadt Bern hat rund 40 Sammelstellen in den Quartieren. Dort können bestimmte Abfallsorten selbst entsorgt werden. Was Sie wo entsorgen können, finden Sie auf unserer Webseite www.bern.ch. Die Benutzung der Sammelstellen ist nur von Montag bis Samstag zwischen 7 und 20 Uhr gestattet. An Sonn- und Feiertagen und in der Nacht ist sie untersagt. Auch die Geschäfte wie Goop und Migros haben Sammelstellen. Dort kann man ebenfalls ausgewählte Abfallsorten selbst entsorgen. Das Öko-Infomobil Entsorgen Sie Abfälle, die nicht in den Hauskehricht gehören, direkt im Öko-Infomobil. Das Öko-Infomobil ist ein Bus, in dem man entsorgen kann. Der Bus hält einmal die Woche in Ihrem Quartier, nimmt kleine Abfallmengen entgegen und berät Sie kompetent in allen Entsorgungsfragen. Fahrplan und Haltestellen Das Öko-Infomobil bedient alle Quartiere nach einem festen Fahrplan. Die Haltestellen sind mit speziellen grünen Tafeln gekennzeichnet. Den Fahrplan finden Sie im Abfallkalender.